Ja, das ist unser kleines improvisiertes Studio für Überall ist Kunst. Wir sind hier netterweise im Theater Rampe, das ja gerade komplett leer steht leider und wir sind auch ein mini kleines Team. Hinter der Kamera steht nämlich Dominik Breving und vor der Kamera sitze ich. Wichtig war es uns auch nicht nur unseren Blick zu zeigen, sondern Leute zu fragen, was für eine Rolle spielt Kunst eigentlich in eurem Alltag? Sammelt ihr Kunst? Habt ihr Kunst geerbt? Seid ihr Mitglied eines Vereins? Habt ihr eine Galerie, eine Produzentengalerie? Gibt es eine Ausstellung, für die ihr gerade Arbeiten gemacht habt, die nicht stattfinden kann? Und was wir uns am meisten wünschen ist eigentlich, dass ihr danach Lust habt rauszugehen, Stuttgart neu zu entdecken, Stuttgart und seine Kunst und Stuttgart Künstler und Künstlerinnen zu besuchen, kennen zu lernen, in die Ausstellungen zu gehen und euch einfach mal zu trauen, euch zu fragen, macht das was mit mir? Denn wir sind der Überzeugung, dass eine online übertragene Ausstellung und noch so gute Abbildungen von Bildern niemals den wahren Kunstgenuss ersetzen können. Denn es geht um das unmittelbare Moment und das geht nur, wenn wir da sind, wo die Kunst ist. Musik Musik Vielen Dank.